guten tag meine damen und herren und willkommen zu einem video und zwar heute wieder zu einem bewährten video da ich momentan nicht so viel zeit hatte deswegen bleibe ich mir was vom stream zusammen und diesmal haben wir eure setups bewertet die ihr mir auf twitter zugeschickt habt falls ihr dann nächstes mal auch dabei weil ihr wollt wenn wir wieder irgendwas bewerten dann folgt mir doch auf twitch unter dem schreibt uns den link viel spaß mit dem video ich hoffe ihr kommentiert wegen der größe ich reich werde und da möchte ich was sagen haut rein und jetzt kommt nix für ein intro weil ja zu viel passiert jungs ballert mal eure setups auf twitter raus ok so jungs wir schauen uns jetzt aber eure setups an sehr viele der erste fängt schon mal gut an wer es kommt eine zwei von zehn wie meine hand gestern oder es tut mir leid aber das ist halt eigentlich zwei von zehn dieses andere basic einfach also nur front aber ja ist ja er hat rocket sagen wir es mal so es sieht traurig aus jungen wer ist er ja sonst weißt du geil aussieht mit rot und so sechs von zehn wird das immer kein bock aufzuhören und nicht so krasses setup bin trotzdem schlauer als du also trotzdem schlauer also du also pp ja also sein böses hätten das ist ein typischer maximilian digga er hat so viele pokalen und medaillen wo dach ich habe da ist es halt also ranzig einfach nur 0 von 10 jungen wer ist er auf einmal also sowas zum beispiel finde ich geil also sowas für die tastatur nicht geil aber so auf dem bildschirm finde ich echt schon geil jungen das ist halt komplett geil stream deck ok razermouse razermousepads 8 von 10 kriegst ein like yo was hat er für eine tastatur bruder erst mal von seinem vater geklaut und die lautsprecher jungen 3 von 10 dazu youtube ich bin cool und da steht ein stuhl btw wie sieht der mond aus hab ich bin cool und da steht ein stuhl btw wie sieht der mond aus hat irgendwie irgendwie ein killer blick oder welcher mond hat das hier irgendwas gesoffen wo seid ihr hier im mond ach so den hier oh ja 3 von 10 keine ahnung diese maus verfolgt dich nachts was tust du oder ja wirklich comedy gold einfach noch comedy gold ich hab kein geld xd aber hab aber noch ps4 vorne stehen ich bin der king hab ironobojob geschrieben xddddd bruder michael no front aber dein setup bruder spar spar dir geld an und kauf dir einen richtigen tisch kauf dir eine richtige tastatur kauf dir eine richtige maus zieh den scheiß sticker hier weg und kauf dir einen neuen pc aber 0 von 10 wer hat ne katze ich will ganz kurz über die sache kurz reden was zum fick und ne fucking barbie puppe da was tust du mit der legend 2 barbie been mit so крowsalk wir denken uns das hier einfach weg ja setups ist stabile fünf von 10 ich weiß nicht ob ich die ecke hier feuer ja also ne von tobei Erstmal fucking Teller hier liegen, hier irgendeine Scheiße, da noch irgendeine Scheiße, da liegt ein Stift, hier ist eine Taste rausgesprungen. Ja Bruder, ist doch ein wieses Setup. Jungs, findet ihr das lustig oder wie? Ich finde es relativ unlustig, um ehrlich zu sein. Ja, jetzt weiß ich, warum wir die Designs so lange brauchen, Bruder. Mit den kleinen Fingern kannst du doch nicht designen, Junge. Guck, Junge, er ist richtig fett. Gefällt euch das, Jungs? Handykamera ist im Arsch. Ja, Handykamera ist im Arsch. Das sieht man, dass sie im Arsch war. 6 von 10, keine Ahnung. Also ich würde es das nächste Mal vielleicht nicht in deinen Arsch reinschieben. Ich lieb, bin so froh, dass es dich gibt. Ich lieb, bin so froh, dass es dich gibt. Hä, Junge, er hofft einfach, dass er einen Fisch ertrinkt, wer ist er? Klassen-Tisch, Junge, change my bike, das ist einfach so ein Klassen-Tisch. Ja, 4 von 10, weil der Tisch fucking klein ist. Ja, ich habe Angst, dass da irgendwas... Ah, will ich nicht weiterschauen, ich habe Angst irgendwie. Nur für dich. Junge, jetzt weiß ich, warum der Typ nicht cuttet, Digga. Der Typ wichst sich ein... Alter, das ist so ein richtiges Wichs-Foto, ne? Digga, change my bike, das ist so ein richtiges Wichs-Foto. Digga, man sieht schon hier... Was ist das, Digga, ist das ein Dildo? Ken? Achso, das ist ein Kopfhörer, ne? Junge, aber no joke, das ist so ein richtiges Wichs-Dinger. So ein Laptop, die Maus kann weggeschmissen werden, die hat er nur auf das Bild genommen. Und dann Kopfhörer anziehen, damit schön die Mutter nicht reinkommt. 7 von 10. Digga, holy fuck, Digga. Ja, 10 von 10, Junge, holy shit. Das ist Re-Talk-Wild, no joke. Also allein wegen den LEDs, also... Wenn die LEDs jetzt aus... Aber, Junge, ja, 10 von 10, 10 von 10. Digga, ist das ein GIF? Hä, ihr seht ja auch die Farben, die hier sich bewegen. Höh! Ist das ein GIF, oder? Nee, wenn ich hier ranzuge, dann... Bewegen sich die Farben, da? Schaut hier auf den Punkt, die Farben... Ist das... Digga, Jungs, darf ich... Hehehehehehehehehehehehehehe... Stiggy, wenn er... Stiggy, wenn er... Stiggy, wenn er nach 5 Bier umkippt. Ja, Bruder, also... Holy fuck. Du bist nicht hier beim Discord, Bruder. Was ist denn da los, Freund? Er hat das gleich... Junge, er hat das gleiche Pikachu, nur, dass das fröhlich ist und meistens sauer. Guckt euch das Pikachu an und guckt euch mein Pikachu an. Meins ist sauer, weil ihr alle nicht reinzappt. So, das war's für dieses Video. Wenn euch das zu viel gefallen hat, lasst doch eine positive Überwertung mal und einen Kommentar. Und ja, falls ihr keine Videos verpassen wollt, folgt mir einfach auf Twitch. At Let's Who TV. Oder unten in der Beschreibung einfach den Link. Klickt Moin. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein und bis dahin. Tschau.